so zweiter exkursionspunkt dass da eben jetzt noch mal kurz zur wiederholung das war also quasi um euch zu zeigen wie sieht es draußen aus und jetzt kommt dann wie sieht es drin aus beziehungsweise was passiert draußen mit dieser sukzession diesen baumartenwechsel erst die pionierbaumarten dann eben solche die heißen übrigens die max baumarten sowas wie fichte buche eiche solche sachen die dann eben auf diesem pionierwald folgen das war das weiß ich euch dazu quasi eben zu draußen erklären wollte noch mal zusammengefasst jetzt geht es hier um diesen tollen wurzelteller von einer fichte ihr habt garantiert schon mal irgendwo im wald wurzelteller von fichte gesehen wenn man eine fichte umfällt sieht das meistens so aus dass sie eben mitsamt ihren wurzelteller umfällt und dann eben diese schöne rad an wurzel in anführungszeichen bildet was ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen habt hoffe ich zumindest ist ein so schönes wurzelrad an dem auch schon kein dreck mehr dran hängt wo man die wurzeln so wunderbar erkennen kann wie das hier der fall ist habt ihr wahrscheinlich deshalb nicht gesehen weil die so lange da nicht rumliegen man schneidet den stamm an der anderen seite ab der wurzelteller kippt wieder nach vorne und ist einfach wieder im boden drin das ist nur das häufigste verfahren teilweise werden die ganzen wurzelstöcke sogar auch noch mal rausgeholt und dann auch noch mal irgendwie zu brennholz verarbeitet das macht man in skandinavien übrigens ganz häufig kann man sich streiten inwiefern das eine gute idee ist kann man sich sehr sehr schön drüber streiten aber so weit abschweifen will ich jetzt auch nicht tatsache ist jedenfalls fichte ist offensichtlich ein flachwurzler das wusstet ihr wahrscheinlich auch schon das ist jetzt keine großartige neusigkeit suchen wir mal noch mal ein bisschen an und gucken uns das noch mal genauer an ja wie ihr hier schön erkennen könnt die wurzeln verlaufen alle so ein bisschen parallel zum boden da gibt es kaum einen wurzelansatz der in die tiefe geht hier ist zum beispiel ein ganz kleiner dass das meiste ist tatsächlich eben parallel zur erdoberfläche einfach quasi so ein flaches gebilde dass dadurch dass es einfach einen gewissen durchmesser hat sozusagen als flacher ständer funktioniert auf dem der baum steht könnte man sagen hier ist mal auch wieder so ein bisschen ein versuch in die tiefe rein zu wachsen gewesen hat aber auch nicht großartig funktioniert offensichtlich sonst wird der baum ja auch noch stehen wobei man natürlich dazu sagen muss bei den windgeschwindigkeiten die wir hatten bleibt nichts stehen also auch wenn das jetzt eine eiche gewesen wäre hier oben die wir wahrscheinlich trotzdem umgefallen jetzt mag man sich fragen warum macht die fichte das warum baut die bloß so einen relativ simplen flachen teller ohne sich in der tiefe zu verankern was wie jeder der auch nur so ansatzweise ahnung von physik hat natürlich viel stabiler ist kann man sich ja denken die macht das deswegen weil sie einfach keine andere wahl hat es ist nicht so dass die fichte das gerne tut die würde sich auch gerne weiter im boden verankern aber dafür fehlt ihr schlicht und begreifend erstens die wurzelenergie so eine fichtenwurzel hat nicht viel kraft eine eichenwurzel zum beispiel die kann sich durch das gestein brechen also gerade auch bei einer jungen eiche die frisch gekeimt ist die bricht sich durch wirklich teilweise wirklich direkt durchs gestein durch in kleine spalten wächst die rein sprengt die auf und verankert sich tief tief unten im boden so eine eiche kann das irgendwelche ganz verdichteten bodenschichten und so das ist für eiche alles kein problem die wächst da von der wurzel her durch weil sie einfach viel kraft von der insgesamt wie zur verfügung stehenden energie für ihre wurzel investiert das ist bei der genetisch so veranlagt bei der fichte ist das nicht der fall die kommt eigentlich in der regel mit einer sparsamen wurzel aus und lebt damit da wo sie normalerweise lebt ganz gut und das ist halt eben der knackpunkt dass die fichte hier oben gar nicht her gehört wir sind hier zwar schon relativ weit oben im bergwald circa 1000 meter nicht ganz aber so irgendwas um den dreh trotzdem wäre hier jetzt von der natürlichen vegetationsform her wenn es den menschen gegeben hätte oder hier oben halt nicht eingegriffen hätte hätten wir einen tannenwald mit viel buche drin aber primär einen tannenwald und die tanne hat auch wieder eine hohe wurzelenergie eine pfahlwurzel mit der sie sich weit unten im boden verankern kann und würde hier erheblich stabiler stehen als das bei der fichte der fall ist weiterhin hat die fichte noch das problem mit ihrer wurzel dass ihr sehr schnell der sauerstoff ausgeht wenn sie in tiefere zonen vordringt kriegt die wurzel keine luft mehr und auch so eine wurzel muss atmen also genau wie jeder andere organismus auch ein baum muss auch atmen er kann zwar auch noch zusätzlich fotosynthese was ist wenn es dunkel ist soll er dann so lange quasi sterben wie es dunkel ist das geht natürlich nicht und ja und das bei der wurzel halt quasi immer dunkel ist weil sie ja logischerweise im boden steckt müssen die zellen der wurzel also die kleinen kraftwerke im baum sozusagen grundsätzlich atmen um energie zu gewinnen wie jeder andere auch der nicht grün ist die grünen sachen müssen übrigens auch atmen aber das ist kompliziert egal eine wurzel braucht luft sonst stirbt sie und das ist halt bei der fichte ganz ganz schlecht in anführungszeichen diese luftversorgung der wurzel von oben es gibt bäume die haben sich darauf spezialisiert ihre wurzel von oben durch in der wurzel runter mit luft zu versorgen oder haben an der wurzel spezielle atemwurzeln die dann oben aus dem boden rausschießen um dann quasi einfach eine luftröhre runter zur wurzel zu bilden das zum beispiel bei der erle der fall sie kann sowas ja und das kann die fichte halt eben alles nicht das braucht sie auch nicht wenn sie da steht wo sie hingehört weil da wo sie hingehört da hat sie zwar dann hat sie grundsätzlich auch einfach mehr so böden in denen sie auch relativ weit runter kommt diese diese oft eben für die fichte ungeeigneten zwar nährstoffreichen und relativ guten böden hier oben übrigens jetzt auch nicht so sind einfach nichts womit die fichte klar kommt weil die böden auch zu dicht sind und sie eben mit ihrer wurzel nicht runter kommt also die fichte könnte sich tiefer verwurzeln wenn die boden böden eigentlich nicht zu dicht wären das ist so das hauptproblem im flachland zu dichte zu kompakte auch gute böden durchaus aber da hat kann die fichte nicht so wirklich mit arbeiten die braucht mehr so einen lockeren jungen initial stadium boden um sich tief zu verwurzeln und normalerweise wird sie dann auch nicht hoch weil je höher sie wird desto höher ist die hebelwirkung um um zu fallen wenn dann tatsächlich mal der wind obendran dreht und dann kippt sie halt einfach um wenn sie hoch geworden ist und hoch wird sie aber hier jetzt eben halt schon vergleichsweise weil hier die böden wieder zu gut sind und es auch zu warm ist und die bedingungen zu gut dass die fichte dann quasi sich selbst dadurch umbringt dass sie zu groß wird da wo sie normalerweise hingehört beispielsweise in sibirien da wächst sie halt ganz klein und schmal und bleibt dann aber eben auch stehen und wird uralt ohne vom wind umgeworfen zu werden und das obwohl in sibirien entsprechende stürme sind es kann also ganz offensichtlich auch funktionieren muss ja auch sonst wäre die fichte ja auch schon ausgestorben wenn die ständig am umplumpsen wäre nur ist es halt eben so dass sie bei uns eigentlich nicht hingehört und dadurch dieses problem mit der sturm sensibilität hat ist ansonsten ein toller baum jetzt mal was für diejenigen unter euch die fichte und tannen nicht auseinander halten können denen das furchtbar peinlich ist weil sie das unbedingt wissen möchten das hier ist eine fichte erkennt man jetzt erst mal daran dass die nadeln quasi radial um den zweig angeordnet sind radial um den zweig meint die wachsen einfach in alle richtungen da ist kein großartiges system zu erkennen überall hat er nadeln in alle richtungen zweitens womit man die fichte auch gut erkennen kann ist dass die nadeln ich glaube man kann es einigermaßen sehen ganz am unteren ende einen kleinen braunen stiel haben die haben also eben ein stil mit dem sie am ästchen ansitzen und dieser stiel nennt sich übrigens nadelgrund ist verholzt also braun hat holzmaterial eingelagert das ist auch so ein charakteristikum aller fichten übrigens nicht nur hier unsere tannen fichte oder rot fichte pizzea abies sondern alle fichten haben sowas zweitens drittens alle fichten haben stechende nadeln also wenn ihr da mal drauf langt und es tut so im ansatz ein wenig weh bis sehr 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 weh es gibt auch fichten die haben nadeln die tun brutals weh und da kann man quasi nicht in den wald gehen ohne eine schutzbrille zu tragen und einen schutzanzug weil die so spitz sind dass man sich damit schwere verletzungen zufügen kann aber hier bei unserer normalen einheimischen fichte tun die natürlich ein bisschen bieten es bringt einen jetzt aber nicht gleich um drauf rum zu stochern aber wichtig fichten nadeln immer fast immer spitz bis auf ein zwei ausnahmen das braucht ihr ja auch nicht so genau wissen des weiteren die nadeln sehen von der vorder und der rückseite her ähnlich aus also es gibt jetzt kein charakteristisches merkmal dass man sagen würde das eine ist die vorderseite das andere ist die rückseite zumindest ist nicht sonderlich deutlich jo also das solltet ihr zur fichte wissen wenn das alles zutrifft dann ist es in der regel die fichte die fichte riecht auch nicht besonders wenn man irgendwie dran rum reibt oder sonst wie kein besonders charakteristischer geruch ja und hier zum vergleich die tanne die tanne hat anders als die fichte eben nicht radial um den zweig angeordnete nädelchen wie man das eben bei der fichte schön gesehen hat sondern die sind gescheitelt soll heißen die gehen in zwei seiten also nach links und nach rechts nach oben und unten gehen relativ wenig nadeln ab bis gar keine also so ein zwei gibt es immer aber das ist dann die berühmte ausnahme zweites wesentliches merkmal bei der tanne ist sie hat keinen verholzten nadelgrund stattdessen ist der nadelgrund grün und bildet direkt am zweig ich gucke mal ob ich noch näher ran suchen kann ja kann ich aber dann ist es unscharf naja ich hoffe ihr seht es direkt am zweig bildet das ding so eine art kleinen saugnapf wird ein bisschen breiter und sitzt dann wie mit einem winzig kleinen saugnapf an den zweig dran gesaugt eben am zweigchen das ist auch bei allen tannen so das ist ein charakteristisches tannenmerkmal diese tanne hier ist unsere normale weiß tanne also die einheimische tanne die wir am häufigsten antreffen werdet so wenn wir jetzt mal den so ein zweig umdrehen stellen wir fest dass hier sehr wohl die unterseite der nadeln anders aussieht als die nadeloberseite und diese zwei weißen streifen mit einem kleinen grünen streifen in der mitte aufweist das sind sogenannte stomata streifen das ist jetzt in diesem fall hier eine art wachs das einfach dafür da ist dass die nadel durch die unterseite durch die sie gas austausch betreibt also sprich luft aufnimmt und ein bisschen wasserdampf abgibt braucht zur fotosynthese das erkläre ich irgendwann auch noch mal diese wachs streifen sind einfach dafür da dass dieser gas austausch nicht zu hoch wird der baum nicht zu viel wasser verliert und dann einfach austrocknet das ist also sozusagen ein austrocknungsschutz das haben viele bäume haben das in irgendeiner form manche haben sichtbarer manche weniger sichtbar und die tanne ist definitiv eine der eine der bäume die das sehr sichtbar haben das sind also wachs streifen diese weißen dinger das sind auch bei allen tannen jede tanne hat auf der rückseite in irgendeiner form sichtbare stomata streifen beziehungsweise fast jede tanne aber wir wollen es mal nicht übertreiben mit der genauigkeit soviel zur tanne wenn ihr das alles beherzigt dann könnt ihr sicher sein dass ihr eine tanne vor euch habt kurz aus der reihe von dingen die man im wald nicht tun sollte erklärt sich von selber direkt neben dem weg nicht schön überhaupt nicht schön und es ist der natur auch nicht egal weil alle solchen nährstoffeinträge durch nährstoffreiche substanzen und ja das was da hingekommen ist ist eine nährstoffreiche substanz führen dazu dass sie einfach dann irgendwann pflanzen aufkommen die hier gar nicht hingehören und man hat quasi einen langen breiten streifen nämlich den weg der mit nährstoffen total übersättigt ist und das natürliche nährstoff gleichgewicht eben in der natur stört das heißt es kommt hier irgendwas hin was hier nicht hingehört und jetzt kann man sich natürlich streiten ist das schlimm es ist in jedem fall nicht schön und gehört hier nicht her insbesondere wenn man versucht hier eine eine art urwald entstehen zu lassen ist sowas echt kacke im wahrsten sinne des wortes und da drüben na wo haben wir es da gibt es auch noch mal sowas und das gibt es hier leider immer relativ häufig auf dem weg es steht extra dran dass man es nicht machen soll man kann ja mal für die eine stunde die man hier unterwegs ist oder vielleicht zwei stunden sich ein knoten rein machen und mal die blase still halten oder alternativen korken verwenden oder was auch immer aber jedenfalls nicht in den wald auf naturschutzgebieten in naturschutzgebieten und insbesondere solchen speziellen faden wie eben den lotha fahrt nicht in den wald scheißen danke hier könnt ihr auch noch mal den schönen kontrast sehen eben zwischen hier den randbereich des lotha fahrt wo es nicht aufgeräumt wurde wie ja wohl ganz offensichtlich schön zu erkennen sein sollte und eben da hinten was ich euch eben schon gezeigt habe wo sie aufgeräumt haben und hier stehen halt erheblich mehr bäume insbesondere wenn man vom randbereich weg schwimmt schwenkt und ein bisschen mehr in den bereich des lotha fahrts rein schwenkt und das ist ja schon ein richtiger junger wald hier also von kahlfläche keine spur wie ihr seht das weiße da ist ausnahmsweise kein müll sondern noch ein bisschen rest schnee der bleibt hier oben im nordschweizwald richtig lange liegen das ist übrigens normal ein zeichen für sehr starke stürme ist wenn man bäume hat die so aussehen und dann relativ bald aufhören dass der jetzt so abgefressen ist liegt einfach daran dass er schon länger tot ist das wäre jetzt der borkenkäfer wahrscheinlich gewesen sein aber eben diese da da oben abbrechen das ist halt total untypisch dafür muss wirklich eine böe in hoher höhe gekommen sein die unglaublich stark war und anstatt den baum hebelmäßig umzuwerfen einfach die spitze abgerissen hat das sind also so sachen die man wirklich nur bei ganz ganz starken stürmen findet gerade habe ich borkenkäfer gesagt was sie da im hintergrund seht diese komischen weichen weißen toten fichten die sind auch vom käfer befallen worden der ihnen einfach quasi das innenleben weggefressen hat wodurch der wassertransport beziehungsweise nährstofftransport dann im baum nicht mehr funktioniert das passiert quasi im innenleben der rinde der nährstofftransport nach unten der baum kann keine nährstoffe mehr in der wurzel einlagern die wurzel stirbt dadurch ab weil sie auch keinen zucker mehr bekommt den sie braucht um einfach zu arbeiten natürlich braucht auch eine pflanzenzelle irgendwie nahrung um irgendwas machen zu können und wenn die wurzel erstmal abgestorben ist stirbt alles andere auch abfällige nadeln fallen runter irgendwann die ausgetrocknete rinde fällt runter der baum bleibt als gerippe aufstehen weil das holz an sich dadurch nicht betroffen ist